Womit kommt denn dein Glück, wenn es nicht alleine kommt? Wann haben Sie zuletzt ein Hufeisen gefunden? Lange her oder noch nie? Sind sie jetzt Pechvögel? Nein, sie leben im 21. Jahrhundert. Es wird nicht mehr so viel öffentlich geritten. Unsere Ideen über Glück sind alle aus Mittelalter. Wer sagt, dass vier Blätter an einem Kleeblatt besser sind als drei? Vier Blätter sind eins, sie sind seltener als drei. Okay, und was tun wir? Wir erklären Dinge zu Glücksbringern, die bewusst selten vorkommen und meckern dann, dass wir selten glücklich sind. Das haben wir uns selber eingebrockt. Du könntest auch sagen, Zigarettenstumme auf den Boden bringen Glück. Hast du jeden Tag, musst du nicht lange suchen. Ob vier Blätter wirklich besser sind als drei, ist eine Frage des Standpunktes von mir und vom Kleeblatt. Steht es direkt neben Atomkraftwerks und vier und mehr Blätter, gar kein gutes Zeichen. Was kennen wir noch für Glücksbringer? Ein Schornsteinfeger. Ein Schornsteinfeger gilt in Zeiten der CO2 Belastung immer noch als Glücksbringer. Entschuldigung, der Mann symbolisiert die unvollständige Verbrennung von Kohlenstoff. Mehr nicht. Ich habe so lange keinen Schornsteinfeger mehr angefasst. Nein, Sie haben Zentralleizungen, das ist Glück. Dann wird die Tierwelt bemüht. Eine Hasenpfote soll Glück bringen. Mal ganz kurz überlegt. Der Hase, der hatte vier davon. Hat ihm wirklich was gebracht.